Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, wie man Rauschenunterdrückungen in seinen Videos macht, die man zum Beispiel auf YouTube hochstellen möchte. Worum geht es hier konkret? Um das Rauschen, was ihr jetzt hört, wenn ich mal gerade still bin. Es kann sein, wenn ihr selber eure Videos aufnehmt und das testet, dann hört ihr das Rauschen gar nicht, vielleicht weil euer Lüfter irgendwie an ist oder weil eure Boxen so ein Grundrauschen haben. Das kann sein, aber beim Benutzer nachher, der Typ, der das nachher, wenn man sich das nachher anguckt, dann kann das sein, dass man das eben doch hört. Deswegen kann ich es nur sehr stark empfehlen. Natürlich kann man mit Mikrofon und sowas Hardware viel machen, aber bei mir bleibt immer so ein Grundrauschen hängen. Deswegen, das mache ich dann, hole ich raus mit AVIDEMUX und Audacity. Aber jetzt genug gelabert, wir fangen einfach mal an. Ich habe hier mal ein Testvideo vorbereitet, was ich noch nicht bearbeitet habe. Wir bearbeiten das jetzt und wir öffnen es erstmal in AVIDEMUX. Das sieht dann erstmal so aus. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen erstmal die Audiospur hier rausholen. Dann gehen wir hier auf Audio und sagen Save Audio. Und dann wählen wir einen Ort aus, wo wir das speichern wollen. Und ich sage jetzt zum Beispiel Audiospur.mp3. Das ist, weil ich das in mp3 schon aufgenommen habe. Und dann sehen wir hier auch, wir haben jetzt hier die neue Datei. So, als nächstes, wir lassen das einfach, können wir offen lassen. Ich mache es mal weg. Und wir holen uns jetzt Audacity. So, Audacity sieht erstmal so aus. Und jetzt können wir die Spur einfach hier reinziehen. Und der importiert das dann. Und dann sieht man, hier vorne ist ein bisschen still und hier ist ein bisschen still. Und übrigens, wer daran interessiert ist, wir können hier, ich, Steuerung A habe ich gerade gedrückt. Wir markieren alles und können mal Effekt machen und jetzt Amplify. Das ist erstmal was anderes. Der zieht das jetzt einfach hoch, dann wird es lauter. Das ist auch eigentlich ganz gut, was man in dem zugemachen kann. Was man jetzt gesehen hat hier, dass hier dieser stille Bereich eigentlich doch gar nicht mal so still ist. Da sind so ein paar Klümpchen noch drinne, gell? Und was wir jetzt machen können, wir markieren diese Klümpchen, das, was wir raus haben wollen nachher sozusagen. Oder als Profil wird das jetzt benutzt. Es wird jetzt klar, wenn ich es einfach mache. Also wir markieren einen stillen Bereich. Der kann auch sehr, sehr klein sein. Und dann gehen wir hier auf Effekte und gucken, lasst mich nicht hier. Noise Reduction. Klicken einmal drauf, ist ein bisschen schwierig am Anfang. Hier steht jetzt, okay, ist ausgegraut. Das ist auch alles richtig so. Was wir erst machen müssen, wir brauchen ein Noise Profile. Wir klicken hier drauf. Jetzt hat er sein Noise Profile. Jetzt gehen wir nochmal auf Effekte, jetzt gehen wir nochmal auf Noise. Entschuldigung. Wir markieren natürlich alles. Entschuldigung. Wir markieren jetzt alles. Im zweiten Schritt markieren wir alles. Gehen auf Effekte, Noise Reduction. Und dann ist jetzt, okay, nicht mehr ausgegraut. Jetzt können wir draufklicken und man hat jetzt gesehen, jetzt ist es weg. Und wenn wir das jetzt mal abspielen. Man kann hier sehen, was an Ton da ist. Ich spiele das mal ab gerade. Ich hoffe, das ist klar geworden. Wir können das nochmal hier. Hier ist absolut kein Ton. Das heißt, das Rauschen hier ist komplett weg. So, das ist erstmal das. Und das müssen wir jetzt exportieren. Das wollen wir jetzt exportieren. Und dann, weiß nicht, wie nennen wir das? Rauschfrei. So. Da müssen wir noch ein paar Mal OK drücken. Und dann ist es auch schon da. Dann können wir Audacity schon wieder zumachen. Nein, brauchen wir nicht speichern. So, jetzt kommt wieder Avi Demux. Entschuldigung, habe ich schon rausgeholt. Jetzt kommt wieder Avi Demux zum Einsatz. Und jetzt gehen wir hier auf Audio und sagen Select Track. Oh, das kann ich sogar anklicken, während wir aufnehmen. So, Select Track. Dann sieht das so aus. Und dann können wir hier sagen, achso, Entschuldigung. Das ist erstmal der aktuelle Audio Track. Also das, was wir eben schon extrahiert haben. Das, was du oder ihr vorher aufgenommen habt. So. Das wollen wir jetzt nicht mehr drin haben. Was wir jetzt wollen, ist, wir wollen diese neue Spur haben. Die rauschfreie Spur. Deswegen klicken wir hier auf Add Audio Track. Und dann sind wir tatsächlich schon im richtigen Ordner. Und dann können wir hier sagen, Audio Spur rauschfrei und Open. Und dann sieht das so aus. Und dann können wir sagen, OK. Und wir brauchen keine weiteren Einstellungen machen. Hier steht Copy, hier steht Copy. Und dann drücken wir hier diese Diskette. und können unsere neue Datei speichern. Was ihr jetzt vielleicht seht, ist, hier steht MKV. Wer nicht so ganz bewandert ist und sagt, ich weiß nicht, was ist in MKV, der macht das nochmal zu und sagt dann hier, Output Format geht dann hier auf MP4 zum Beispiel, was vielleicht viele haben wollen. Oder meinetwegen AVI. Wir können auch mal MP4 machen meinetwegen. Aber MKV kann man auch auf YouTube hochladen. Alles kein Problem. Also wie gesagt, nochmal speichern. Diesmal hier, man sieht es, in MP4 speichern wir. Und sofort fertig, kein Problem. Und dann haben wir auch schon hier unser rauschfreies Video, ganz neu. Das Video haben wir auch nicht neu kodiert oder sowas. Also man hat jetzt keinen Verlust. Deswegen steht hier Copy. Man hat keinen Verlust der Qualität. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das Audio. Da natürlich, wenn wir jetzt vorher schon den MP3 aufgenommen haben und später wieder den MP3 exportiert haben, da ist vielleicht ein bisschen Verlust dabei, aber man merkt es eigentlich. Oder ich würde sagen, man merkt es nicht. Der Gewinn ist größer als der Verlust. Und das war es eigentlich auch schon. Ja. Eine Sache vielleicht noch am Ende als, ich sag mal, Shortcut sozusagen. Wir haben jetzt am Anfang mit AVI Demux erst mal die Audiospur exportiert. Also aus dem Video, das ist das Originalvideo gewesen, haben wir das hier erst mal hierhin exportiert. Bei manchen Videos, die Audacity versteht, braucht man das gar nicht. Da kann man einfach hier Drag & Drop hier reingehen und der holt dann direkt die Audiospur raus. Da brauchen wir gar nicht am Anfang AVI Demux zu laden. Da kann man direkt hier anfangen, das Profil zu erstellen und die Rauschunterdrückung zu aktivieren. So, das soll es erst mal gewesen sein. Bei Fragen oder Anmerkungen in die Kommentare, wie immer. Vielen Dank fürs Schauen.